Jeden Mittwochmorgen ist ab sofort trainingsfrei, da chatten wir nämlich auf achim-achilles.de über so elementare Themen wie friert Spucke beim Laufen. Test für die jungen Leute, wer war Harald Norpold? Schwitzt man in schwarz mehr als in gelb? Super Frage, machen Maultaschen schnell. Nikolaus-Mützen beim Laufen. Andere tragen dann zum Beispiel Osterhasen-Ohren. Hast du das mit dem Blauwal gelesen, Schatz?